Bitcoin in 60 Sekunden. Bitcoin gehört zu den Kryptowährungen, ist also ein Zahlungsmittel, mit dem ihr online einkaufen und bezahlen könnt. Die übliche Abkürzung für Bitcoin lautet BTC und Bitcoin gibt es seit dem Jahre 2009. Was das Besondere an Bitcoin, Bitcoin ist die erste und älteste Kryptowährung. Sie gilt deshalb auch als Leitwährung für die anderen, das heißt man orientiert sich immer an dem Bitcoin und sie hat auch aufgrund dessen das größte Handelsvolumen und die größte Verbreitung. Insgesamt wird es 21 Millionen Bitcoins geben, mehr sind nicht vorgesehen. Die durchschnittliche Blockzeit sind 10 Minuten, das heißt es dauert im Schnitt ungefähr 10 Minuten, bis ein neuer Block an die Bitcoin-Blockchain angefügt wird und der verwendete Hashing-Algorithmus ist SHA-256. Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Homepage bitcoin.org oder bei Twitter und Reddit. Das war Bitcoin in 60 Sekunden, die Präsentation findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. Außerdem könnt ihr gerne den Kanal hier abonnieren, damit ihr keines der nachfolgenden Videos verpasst. Bis dahin, eine gute Zeit und ciao.